ZELDA A LINK TO THE PAST 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 Ach, jetzt geh weg da. Fünfer. Noch ein Fünfer. Ein Zwanziger. Ein Einer. Ein Zwanziger. Soll noch was vielleicht? Ein Herzteil vielleicht? Gib mir ein Herzteil, Mann! Ein Fünfer. Ah, verdammt. Mist. Nee, 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 Vogel. Weg da. Naja. Immerhin haben wir ein bisschen mehr gefunden. Das ist ja voll scheiße hier, ey. Na, komm. Aber das müssen wir halt mal machen, damit wir das auch geschafft haben. Ich will doch nur so ein beschissenes Herzteil. Wenigstens kriegen wir gleich 40 wieder zurück. Und noch ein. Ach, geh weg. So. Ich will keine Magie. So, jetzt. Ah, jetzt. Das sieht gut aus. Wenn man da richtig Glück hat und schnell im Graben ist, dann hat man hier wirklich eine Goldader. Aber leider nicht ein Herzteil und so. Aber wenigstens kriegen wir jetzt ein bisschen Geld zusammen. Sieht doch gut aus, so lange. Naja, irgendwann kommt schon der fette Drop. Oh Mann, ey. Oh Mann, ey. Das ist auch... Hoffentlich kriegen wir das Herzteil bald. Ich hatte in Erinnerung, dass man hier irgendwo in der Umgebung graben muss. In der rechten oberen Ecke. Ich glaube, das war wirklich einfach random. Ich kann nichts versprechen. Ansonsten muss ich das in Gottesnamen offscreen machen. Das will ich auch nicht. Na, komm. Vielleicht ein bisschen Geld noch? Ja, okay. Man hat noch ein bisschen Gnade mit mir. Aber ich frage mich noch, wie lange. Oh Mann. Ich hoffe, das dauert jetzt nicht den ganzen Part lang. Ja, ist gut jetzt. So, dann grabe ich hier erstmal ein bisschen nach links. Vielleicht ist da ja was. Da ist ein roter Rubin. So. Noch einer. Jawohl. Ist zwar recht viel Geld, aber... Sieht nicht nach Herzteil aus. Noch nicht. Wir haben noch ein paar Sekunden. Na, komm. Ah, Mist. Jetzt ist aber die Zeit wieder abgelaufen. Ist denn jetzt eigentlich noch hier was drunter, wenn ich die... Nö, ich glaube nicht. Nö, nö. Kann ich das Ding da hochheben? Nö. Auch nicht. Verdammt, ey. Na gut. Man kann halt nicht mehr machen als probieren. So, tritt mal zur Seite, bitte. So. Gleich noch mal probieren. Jawohl. Da ist schon mal 20er. Sehr komisch. Hier ist Strip-Digging. Hier ist vielleicht keine schlechte Idee. Oh, Mann, ey. Das gibt's doch nicht. Jetzt hab ich mal richtig schlecht... Jetzt bin ich richtig schlecht gewesen. Aber das kannst du auch nur mit Glück schaffen hier, ey. Das ist ja voll fies. So eine Kacke, ey. Na, komm. Mann, das ist doch jetzt auch nicht der Sinn von dem Part hier, oder? So, gleich wollen wir mal probieren. Es gibt mir noch wenigstens mal ein 20er. Oh, jawohl. Meine Gebete wurden erhört. Sieht doch gut aus. Oh, geil. Geil. Uh, yeah. Jetzt sieht es aber geil aus. Jawohl. Gleich noch mehr. Komm schon. Gib mir ein Herz teil. Ich glaube an dich. Na, komm. Wenigstens einen noch. Oh, geil. Noch ein Zwacken. Cool. Jetzt haben wir wenigstens schon mal mehr als am Anfang. Oh, Mann. Das gibt's doch einfach mehr, ey. Also, wenn wir es den... Ach, ich will das nicht den ganzen Part übermachen. Das ist voll bescheuert. Na, komm. Hau ab. Komm. Jetzt geh doch mal auf die Seite hier. So. Ich frage mich, ob der Timer erst anfängt, wenn man anfängt zu graben. Jawohl. Geld. Geld regiert die Welt. Na, komm. Gib mir das verdammte Herz teil. Vielleicht müsste ich auch nur ganz lieb fragen. Bitte, Herz teil. Komm aus dem Boden raus. Nee, komm da nicht. Mann. Das gibt's doch nicht. Das ist ja richtig scheiße jetzt. Okay, ich würde vorschlagen, ich mach's noch einmal. Und ansonsten mach ich's halt offscreen. Und dann beginnen wir halt den nächsten Part direkt mit dem offen liegenden Herzteil. Ja, komm. Du sollst nicht den Stein angraben. Ich würde sagen, wir haben sowieso genug Geld, um das hier zu machen. Na, komm. Bitte. Verarsch mich nicht. Oh, da ist es. Das war's. Die Zeit ist um. Komm dich. Komm doch bei Gelegenheit wieder vorbei. Mach's gut. Geil. 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 Beim letzten Loch kommt das Ding noch rausgeflattert. Geil. Und ein zusätzliches Herz kriegen wir auch noch. Das läuft doch wie geschmiert. Na, immerhin etwas. So. Ach ja, genau. Hier hatten wir das Problem, dass wir nicht vorbeikommen, aber... Vielleicht... geht das hier mit dem Zauberspiegel. Offenbar schon. Och, schon wieder so eine Biene. Ich hab mich am Anfang vom Part schon genervt. So. Aber ich glaube, Bienen kann man auch in die Flasche reinpacken und dann irgendwann wieder rauslassen, damit sie uns helfen. Allerdings weiß ich gar nicht, was das gebracht hat. Was macht denn der Penner jetzt da hinter dem Haus? Ist ja voll der Stalker hier. Aber ist ja eh nur in der Bücherei. So, nach den Schmieden wollte ich doch eigentlich nachsehen, ne? Die waren hier angesiedelt. Was hat mir der andere eigentlich zu sagen? Ist mir mein Kollege wieder auftaucht, können wir dein Schwert härten? Tut mir leid. Schon gut, schon gut. Ich wüsste nur so gern, wo der jetzt ist. Ich weiß es nämlich nicht. Ich hatte irgendwas in Erinnerung, dass er einfach in der Schattenwelt von hier ist. Aber dazu müsste ich ja erst mal ein Portal finden. So eine Scheiße, ey. Aber ich glaube, hier war in der Nähe eins. So zum Eingang zu den verlorenen Wäldern und so. Aber das war nicht hier. Hier vielleicht? Da oben? Warte mal. Da gibt's Bomben, okay. Ne, das war nicht hier. Das war irgendwo anders. So, ich glaube, hier war das. Ach, verdammt. Da komme ich nicht wieder vor. Schon wieder nicht vorbei. Na, komm. So. Dann guck ich mal zu, ne? Oh, Mann. Schon wieder zwei von solchen Soldaten. Ich kann wieder nicht schießen, weil ich genau wieder ein halbes Herz verloren hab. Ist dat nicht fies, Freunde? So. Eigentlich müsste ich ja hier irgendwo ein Portal finden, weil ich muss ja schließlich ja nur als nächstes hier hin. Hier befindet sich ja der Skelettwald. Naja, mal gucken. So. Ah, hier war das mit dem Hammer genau. Deshalb konnte man früher nicht dahin. Ah, ich hab's ja gesagt. Hier ist ein Portal. Aber ich komme auch so nicht da durch. Geil. So, dann gucke ich mich mal hier um. Okay, hier gibt's einen Haufen Steine zu zerdeppern. Ich glaub, da runter war gar nix. Ne. Ne, ne, ne. Ist nur Deko. Alter, das sieht ja auch ganz anders aus, ne? Wow. Weg mit euch. Boah, die Geiste sind aber auch affenstark. Hm. Ich hab echt keine Ahnung, wo dieser Typ hin sein soll. Aber ehrlich gesagt hab ich auch... Ja, ich muss ihn. Ich will jetzt noch nicht mit dem Tempel anfangen. Oh nein. Oh nein, jetzt bin ich schon wieder hier. Oh, da ist er! Da ist er ja! Da ist er! Ja, komm schon, Typi! Komm raus da! Ne, da brauch ich jetzt wieder stärkere Handschuhe dafür. Also, demnach bleibt mir ja fast nix anderes übrig, als die Titan-Handschuhe zu suchen. Wow. Was bist du denn für einer? Bist du ein verwandelter Dieb? Sieht fast so aus. Naja, gut, egal. Vielleicht find ich ja hier noch irgendwo in der Nähe... ...den Eingang zum nächsten Tempel und dann können wir den Part auch wieder beenden. Weil anfangen damit möchte ich jetzt noch nicht direkt. Ich wüsste nur zu gerne, wann wir endlich... Wow. Wollen wir endlich mal die nächsten Handschuhe bekommen? Alter, ist ja auch fett hier. Ist ja ultra krass als... Boah, voll die Skelettschädel hier. Ich glaub, das war einer der Eingänge hier zum Tempel. Der Skelettwald. So, hier ist auch der Dungeon. Okay, hier sieht's schon mal mau aus. Was gab's denn hier überhaupt nochmal? Ich bin mir gar nicht sicher. So, die Dinger konnte man noch machen. Bäh, konnte man noch aufmachen. Naja, gut. Aber ich würde sagen, das machen wir sowieso erst in den nächsten Part. Wenigstens haben wir jetzt mal einen Blick reingeworfen. Tja, Freunde, wenn's gefallen hat, Daumen hoch. Und dann sehen wir's in den nächsten Part. Also, Freunde, bis dann und ciao.